Hey Leute, es gibt neue Infos und Gerüchte aus den letzten paar Tagen zu den verschiedensten Star Wars Spielen. Von einem Night of the Old Republic 3 über ein Kopfgeldjäger-Spiel bis hin zu neuen Gerüchten zu Battlefront 3 und einem weiteren Projekt von EA. Zuerst wie immer der Hinweis, das meiste in diesem Video sind nur Gerüchte oder teilweise Leaks, aber damit ist trotzdem nichts offiziell bestätigt. Und in der Vergangenheit, vor allem eigentlich bei EA, sind ja schon mehrere Star Wars Spiele eingestellt worden, auch wenn sie sich schon recht weit in der Entwicklung befanden. Also nehmt hier nicht alles direkt als bestätigt und sicher an. Beginnen wir erstmal mit KOTOR 3, welches angeblich bereits in Entwicklung ist. Hier hat sich nicht nur ein seriöser Insider dazu geäußert, sondern direkt mehrere. Sowohl Bespin Bulletin, der über mehrere Insider-Quellen dazu verfügt, als auch Jason Schreier, ein Games-Journalist, der zuvor schon über die eingestellten Star Wars Spiele und andere Leaks berichtet hatte, haben ein Knight of the Old Republic 3 erwähnt. Laut Bespin Bulletin befindet sich KOTOR 3 in Entwicklung und zwar nicht bei EA bzw. Bioware, die den ersten KOTOR-Teil und das MMO The Old Republic entwickelt haben. Und Jason Schreier hat sich in einem Forum-Thread dazu geäußert und gesagt, keiner würde es erraten, also welches Studio dieses Spiel entwickelt. Und dann hat sich noch ein weiterer Insider bzw. Game-Journalist dazu geäußert, nämlich Nate Naida von Wushu Studios. Und zwar hat er gesagt, dass es sich dabei nicht um irgendein mysteriöses Studio handelt, nur eben kein alteingesessenes, was man so wirklich auf dem Schirm hat. Aus früheren Gerichten geht dann auch noch hervor, dass Elemente aus dem ersten und zweiten KOTOR-Teil verwendet werden soll und etwas angepasst werden, damit Teile beider Storys in den Kanon passen würden. Denn nach Disneys Übernahme wurden unter anderem auch die KOTOR-Teile aus dem Kanon entfernt. Doch dieses Gerücht bzw. League ist schon etwas älter, von daher weiß man nicht, ob das jetzt auch noch aktuell ist. Weiterhin hat Bespin Bulletin schon vor einer Weile von einem Kopfgeldjäger-Spiel gesprochen, weiß hier aber leider nichts Genaues und auch nicht, ob damit vielleicht nicht auch das Ubisoft-Spiel gemeint ist, also das Star Wars Open World Spiel, welches Massive Entertainment derzeit entwickelt und letzte Woche angekündigt wurde. Generell sind jetzt mehrere Star Wars-Spiele-Entwicklungen meiner Meinung nach wahrscheinlich, nachdem Disney eben jetzt die Lizenz öffentlich gemacht hat, in dem nun jedes Studio Star Wars-Spiele entwickeln darf bzw. eben nach Genehmigung durch Lucas Film Games. Nur eben, dass EA nicht mehr die Exklusivrechte und Lizenz für Star Wars-Spiele hat. Und dann kommen wir auch schon zu Battlefront 3. Hier nehmen die vermeintlichen Leaks und Gerüchte immer mehr zu und gefühlt hype sich die Community immer wieder gegenseitig hoch, wobei hinter vielem nichts Handfestes oder Seriöses steckt. Und so sehe ich mir auch mehr für Battlefront-Wünsche, sei es ein Battlefront 3 oder eine Fortsetzung für Battlefront 2, sollte man das einfach realistisch sehen, damit man am Ende einfach nicht enttäuscht wird. Hier gibt es eigentlich nur eine interessante und seriöse Aussage und sonst meiner Meinung nach nur Fake Leaks. Jeff Grubb, ein weiterer Insider, sprach in einem Podcast eben über LucasArts Games und EA und hat gesagt, dass er glaubt zu wissen, dass alle EA-Star Wars-Reihen fortgesetzt werden. Damit wäre ja dann sowohl Jedi Fallen Order als auch die Battlefront-Reihe gemeint. Ja, ich glaube, dass jedes EA-Star Wars-Game weitergehen wird. Alle Seriöse werden... Wir werden wahrscheinlich noch ein paar Battlefront bekommen. EA will nicht viel investieren in neue Spiele, wie total neue Spiele. Und ich glaube, das war das große Problem mit Star Wars. Es braucht viel, um sie etwas zu kriegen. Näheres wusste er aber auch nicht oder wollte zumindest darauf nicht eingehen. Nur, dass EA eher daran interessiert ist, bestehende Reihen fortzusetzen, weil sie dann nicht komplett von neu anfangen müssen, weil es dauert eine Grundidee von Grund auf neu zu entwickeln und man jetzt eben mit Battlefront und Jedi Fallen Order auch schon Erfahrung gesammelt hat. Also sehr interessante Aussage auf jeden Fall. Und dann gab es auch noch ein Fake Leak auf Reddit, bei welchem jemand verschiedene Features aufgelistet hat, die ein vermeintliches Battlefront 3 haben soll und auch relativ genaue Zeiträume zu Release und Ankündigung angegeben. So sprach er davon, dass sich Battlefront 3 noch früh in der Entwicklung befindet, weil die meisten Mitarbeiter eben noch an Battlefield 6 arbeiten. Als Release nannte er das vierte Quartal 2023. Außerdem soll das Spiel die schnellen SSDs der neuen Konsolengeneration ausnutzen, was für mich eigentlich offensichtlich ist. Und das Spiel soll angeblich eine neue Richtung einschlagen und sich von den ersten beiden Teilen abheben und unterscheiden. Und dann nannte er noch den 20. April, wahrscheinlich für eine angebliche Ankündigung. Insgesamt halte ich aber nicht viel von diesem Post. Zum einen kann jeder einfach etwas schreiben und behaupten, da müsste es dann schon entweder Beweise geben oder eben etwas Glaubwürdigkeit von vorherigen Leaks, dass man dort richtig gelegen hat. Darauf war dieser Post der erste des Reddit-Users. Und zum anderen auch komisch, dass eben die gängigen Insider noch nichts darüber berichtet haben. Wie dem auch sei, ich hoffe natürlich, dass wir irgendwann mal ein Battlefront 3 bekommen und bin mir da eigentlich auch relativ sicher, dass wir irgendwann mal in irgendeiner Art und Weise nochmal ein Battlefrontal bekommen. Nur eben denke ich auch, dass DICE frühestens nach Battlefront 6 damit beginnen würde. Dann sagte Bespin Bulletin auch noch, dass EA noch an einem weiteren kleinen Projekt arbeitet, bei welchem er aber nicht weiß, worum es sich da genau handelt, aber nicht glaubt, dass es sich um Battlefront 3 handelt. Könnte vielleicht Fallen Order 2 sein, wobei ich das nicht wirklich als kleines Projekt bezeichnen würde. Vielleicht hat es ja irgendetwas mit den Motion Capture-Arbeiten, der Inferno-Squad-Darsteller zu tun, worüber ich letztens berichtet hatte. Nichtsdestotrotz hat LucasFilm Games schon offiziell bestätigt, dass EA an mehreren Spielen arbeitet. Und da können wir einfach nur hoffen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like und Abo da, um nichts mehr zu Star Wars Gaming zu verpassen. Ansonsten checkt gerne noch mein Battlefront 3-Video aus, wo ich über die verschiedenen Möglichkeiten spekuliere und eben über die verschiedenen Editien spreche. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.